Du schon wieder? Ich schon wieder. Und du bist? Jemand, der einen trinken möchte. Was für ein Genieß. Jaja, ich verstehe schon. Kannst du ein bisschen spezifischer sein, dieser Herzenssprecher, aber ganz akzeptabel. Danke sehr. Ein gesprächiger Gründe. Ja, die Herzenssprecher, ein bisschen Charisma kann ich gebrauchen, auf jeden Fall. So, hier noch ein bisschen stärker. Oh mein Gott, ein wenig schönes. Ein wenig vergessen zu strechen. Das ist ein bisschen süßer. Einen Herzenssprecher, nur für dich. Vielleicht hilft dir ja dabei die richtigen Worte zu finden. Netter Versuch. Kann man trinken. Vielleicht komme ich ja nochmal wieder, vielleicht auch nicht. Danke. Guten. Und Weggesser. Reizt. Oh. Wer sind hier denn? Obacht. Tretet nicht auf meinen Mantel. Reizt. Ach, reizt die Schüsse. Zum Grußreisender. Wie kann ich helfen? Erks. Nicht noch so ein Zusatzkopf. Ich könnte ein anderes Gruß probieren, wenn ihr möchtet. Wie wäre es mit Mahlzeit-Abenteurer? Darf es was zum Piccheln sein? Obwohl, lieber nicht. Da schäme ich mich an Grund und Boden. Wie wäre es mit der, wo du einfach die Pläne rund überschiebst und den Rand herst? Tut mir leid. Die ist gerade aus. Dachtest du mir doch. Du willst jetzt nicht in meine Hintergrund geschickte Klubschen, oder? Vielleicht. Ich war an dich vor unwichtige NPCs im Sturz und werde ignoriert. Da bin ich Weltmeister. Wieso solltest du mich ignorieren? Nicht du, der Tellermeister hier. Der Kneipe ignoriert mich. Nicht im geringsten. Mach dir keinen Kopf. Und den da. Der ist ein bisschen bematscht. Verstehe. Und dieses Ding auf deiner Schulter ist ebenfalls bematscht. Welches Ding? Oh. Mein Umhang? Dein Umhang? Das ist nicht sein Umhang. Das grüne Kiki auf seinen Schultern ist ein Schleim. Oder was davon übrig ist. Der Rest davon ist bei dir. Nein. Geht nicht mehr raus. Was? Darf ich fragen, wie es dazu kam? Hast du gerade? Vielleicht kann ich euch einen Drink für diese Geschichte anbieten? Und euren Namen? Gewiss doch. Ich liebe Geschichten. Sehr schön. Dann vielleicht zuerst deinen Namen. Oh. Ich werde euch nicht meinen Namen überlassen, aber ihr sollt ihn erfahren. Mein Name ist Sir Alphonse Louis Frederick Ducat Ducat Ducat. Das ist ein Dank von. Von Kyle. Kyle? Kyle. Nun denn, Kyle, was darf ich dir anbieten? Nun, habt ihr Blut? Und solltet ihr das nicht vorrätig haben? Etwas, das wie Blut schmeckt? Oder wenigstens so aussieht. Rot ist meine preferierte Farbe. Ich schaue mal, was ich für rotes Zeug gebracht habe. Rot. Da haben wir ganz viel, ganz viel Stärke können auch machen. Wir haben einen Trink. Ja, wir haben einen Token Punch. Der käme in Frage. Und sonst kennt ihr auch den ganzen Messbecher rot. Okay, das könnte auch gefallen. Das ist nicht der richtige Ring. Okay. Da verändern wir mal ein bisschen. Äh. Vielleicht bin ich mit der Maus ein bisschen. Aber, ja, das Kippen ist ein bisschen. Keine Ahnung. Das... Ich glaube, ich bin mit der Maus ein bisschen. Ich halte das falsch. Ja. Das ist gelb. Das liegt an mir. Da habe ich so meine Störung nicht verstanden. Und da muss ein bisschen blau dazu. Einen Token Punch. Das ist gelb. Das liegt an mir. Etwas... Fast... Blut für mich, der Herr. Oh. Tausend Dank. Das sieht ausgesprochen delizios aus. Und... Es schmeckt eben so... So lebendig. Du... 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 Und... Und... Wem darf ich dem Nix-Trink anbieten? Oh ja... Frost Club. Nützlich kenn zu... Ja, ja. Mach hin! Und... Gib mir was mit ordentlichem Schmackes. Etwas, was... sich tough anfühlt. Obust wie ein Berg. Oder... Die Höhen von... So ein Eisschnee schaut aus, als würde es passen. Kommt sofort. Eisschnee. Und viel Rüstung, also mit vielen Parteien. Wir haben dadurch noch nicht gemixt. Das ist was Neues. So, dann hier noch ein bisschen Neutrinks kreieren. Können wir nicht immer mal aus Versehen was anderes reinmischen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen richtig gemischt. Was wenn wir jetzt hier... Ein bisschen exponentiell gehen. Jetzt ist es einfach nicht der richtige Trick. Okay, also exponentiell können wir hier leider nicht. Dann... Stärke ist es. Na dann. Aus damit. Der Geschmack von Uhr kommt frisch herbei. Für die geschätzte Kunde Nummer 2. Jetzt hast du noch den Platzhaltertext raus. Wie? Lass mal rüber wachsen. Mhm. Du darfst ja ne Menge... ... Klifflitz. Aber Drinks machen kannst du. Schmeckt wie ein Haufen Cola. Gefällt mir. Also wer... Kein... Wie lautet eure schleimige Geschichte? Na gut. Hast du dir verdient. Da bin ich also unter Tage in Bern. Von Dölvener. Hab meinen Axt in der einen... ... und Plecken in der anderen Branche. So grabe ich vor mich hin. Und plötzlich hält sich meine Miene... ... und nichts... ... und dir nichts auf. Und mir ist dir nichts auf. Ich stoße auf ne Goldader. Im richtigen... ... und das sage ich. Ich... ... dir... ... und ich fühle mich wie ein Hauptgewinn. Richtig großer Hand von Gold. Das kann ich dir frustern. Und dann kommt plötzlich dieser... ... Brackmann von Schleim und... ... Schlurz. Alles weg. Diese Geschichte langweilt mich. Wir sollten uns zu suchen nach... ... meine Umhank zuwenden. Der Lorenz... ... ist bald am Start. Wo bitte? Die Sonne... ... Menschens Kinder. Ja... ... das große Ding... ... das dich umhankt. Oh... Natürlich. Ich richte freigeschöttet. Hat der Schleim auch... ... den Monty gefressen? Ja... ... nein... ... nein... ... nein... ... nein... ... doch... ... jedenfalls... ... ich würde nicht sagen... ... dass ich so... ... der Haut drauf bin... ... aber... ... als dieser Schleim... ... mein Gold verrückt hat... ... musste ich ja wohl... ... etwas tun. ... also... ... also... ... nehme ich meinen Schaufel... ... und... ... grabe... ... und habe... ... und grabe... ... bis... ... von diesem... ... schleimigen Schlache... ... nichts mehr... ... üblich ist. ... naja... ... fast nix... ... und... ... hast du den... ... Bolt zurückbekommen? ... ... nein... ... du... ... nichts anderes Foto... ... sieh... ... guck mich aus... ... und... ... ratet mal... ... was er in ner... ... Prank hatte... ... dein Bolt... ... und ob... ... ein... ... Gold... ... nackt... ... groß genug... ... um meine Reise... ... nach... ... Provaria... ... zu... ... finanzieren... ... und... ... möglichweise... ... einen... ... Kleidsamen... ... neuen Umhang... ... noch dazu... ... nicht mit mir... ... Freundchen... ... wir haben ne Abmachung... ... ach... ... haben wir das? ... ... statt sie mich doch... ... und... ... jemand... ... Frage... ... wie... ... lautet... ... dies... ... ab... ... doch mal... ... ich... ... schleppe... ... dich nach... ... Boh... ... Boh... ... Boh... ... damit... ... du... ... bei... ... diesem... ... komischen... ... Vampir... ... mitmachen kannst... ... und ich... ... kriege ich das... ... Gold... ... ich... ... hab den... ... vor... ... zu... ... freigeschaltet... ... und... ... was ist mit meinem Umhang... ... wo haste... ... haste... ... den... ... den... ... zuletzt gesehen... ... vergesst... ... der... ... furcht... ... wir haben... ... überall auf unserem Weg... ... hierher nachgeguckt... ... haben uns gekloppt... ... mit verfluchten Schatztrungen... ... mehrjährigen... ... Monstern... ... untoten Unhalten... ... und so... ... langsam... ... fragte ich mich... ... was... ... zum Gucken... ... hat diese... ... Fritzpeepil... ... seinen Umhang... ... gelassen... ... dort... ... wo... ... jeder... ... seinen Umhang... ... aufbefragt... ... und weiste... ... wo... ... ich meine Umhang... ... packe... ... wo... ... in... ... verdammten Kleiderschrank... ... auf... ... das... ... du... ... den Kleiderschrank... ... tragen kannst... ... what... ... nein... ... ok... ... vielleicht... ... könnten... ... wir... ... jemanden finden... ... der... ... deinen Umhang... ... für dich aufspürt... ... können wir das... ... das ist ja... ... fantastisch... ... ich könnte... ... ein Request... ... für... ... dich aufschreiben... ... aber dafür... ... bräuchte ich... ... ein paar... ... mehr... ... Informationen... ... ... na... ... viel Glück damit... ... zuerst... ... muss ich wissen... ... wo... ... du... ... deinen Umhang... ... zuletzt... ... gesehen hast... ... ich fahr dabei... ... mich... ... für das Bankett... ... der Vampire... ... herauszuspür... ... putzen... ... das... ... Lot... ... in... ... Boruvia... ... jedes Jahr... ... ausrichtet... ... und... ... als ich mich... ... anzog... ... bemerkte ich... ... dass ich... ... meinen Umhang... ... nirgends... ... finden konnte... ... zuerst... ... dachte ich... ... noch... ... natürlich... ... kann ich... ... ihn nicht finden... ... ein... ... informärer... ... Streich... ... wie mein... ... launischer... ... Tarnomag... ... ihn... ... hin... ... und... ... wieder... ... gespielt... ... was stets... ... ungünstig ist... ... wenn ein... ... wichtiges... ... soziales... ... Ereignis... ... vor der Tür... ... steht... ... ein... ... Fäschomag... ... ist nun... ... einmal... ... ein Muss... ... für Vampire... ... von Rang... ... und... ... natürlich... ... von... ... hast du das Ding denn... ... zuletzt... ... angehabt... ... an... ... meiner... ... Hochzeit... ... Deine... ... Hochzeit... ... als ich meine... ... Tollkoste... ... Evelyn... ... Ehelichter... ... nun... ... da musste ich... ... natürlich... ... mein Besten... ... um... ... um... ... ihr zu zeigen... ... wie... ... wichtig... ... sie mir ist... ... Evelyn... ... die... ... Vampirgräfen... ... Evelyn... ... die... ... in... ... der... ... Mark... ... organisiert... ... Eben... ... sie... ... Pflicht... ... freigeschaltet... ... besagt... ... mein... ... Glückwunsch... ... seid ihr... ... immer noch... ... verheiratet... ... Nein... ... natürlich... ... nicht... ... ich... ... hasse sie... ... mit... ... jeder... ... Faser... ... meines... ... Körpers... ... alles... ... was... ... sie... ... wollte... ... wollen... ... raus... ... damit... ... auf die... ... oh... ... was... ... meine... ... Umhang... ... ... mein... ... lieber... ... das... ... dieses... ... Luder... ... dieses... ... gerissen... ... durchtrieben... ... wunderschöne... ... Piest... ... diese... ... Elster... ... hat... ... mir... ... mein... ... wertvolles... ... Besitz... ... geraubt... ... wäre... ... das... ... nicht... ... ihr... ... dein... ... Herz... ... nein... ... das habe ich mir... ... vor Jahrhunderten... ... entfernen... ... lassen... ... aber... ... mein... ... Umhang... ... wie... ... könnte ich... ... ohne... ... ihn... ... leben... ... wie... ... konntest du... ... nicht nur... ... so... ... hintergehen... ... mein... ... Vertrauen... ... alles... ... habe ich... ... ihr... ... zu Füßen... ... gelegt... ... das... ... ist... ... aber... ... nicht... ... gest... ... 14... ... so... ... heißt... ... die doch... ... oder? ... nein... ... ... ich... ... bitte... ... ich... ... bitte... ... tausendfach... ... um Verzeihung... ... wie... ... lautet... ... denn... ... euer... ... werte... ... Name... ... aber... ... Namen... ... sind... ... ein... ... wertvolles... ... vorerst... ... noch... ... behalte ich... ... meinen... ... für mich... ... für... ... so... ... manche... ... in mir... ... tausend... ... aber... ... aber... ... ihr... ... müsst einem... ... neuen... ... Freund... ... gegenüber... ... nicht solch... ... eigens... ... mit... ... Missvertrauen... ... verhalten lassen... ... meine... ... Freunde... ... nennen... ... mich... ... Gastwirtin... ... nun... ... Gott... ... dann... ... will ich... ... das auch... ... tun... ... also... ... Gastwirtin... ... ihr... ... glaubt... ... also... ... es... ... findet... ... sich... ... eine... ... tapfere... ... Pisten... ... die meinen... ... kostbaren... ... Umhang... ... zu... ... retten... ... vermag... ... ich... ... fürchte... ... meine... ... kliebte... ... Evelyn... ... würde mich... ... auf... ... der Stelle... ... töten... ... betrete... ... ich... ... noch... ... einmal... ... ihre Residenz... ... ja... ... ich... ... denke... ... das ist... ... möglich... ... schreiben... ... wir... ... die Suche... ... am besten... ... direkt... ... aus... ... wie... ... könnten... ... tapfere... ... Abenteurer... ... zum... ... nach... ... überhaupt... ... gelangen... ... jenseits... ... des dreistes... ... schrecken... ... am... ... fuß... ... des... ... das... ... an der... ... Brust... ... eine... ... Hexe... ... gemalt... ... dort... ... trunk... ... das... ... Anwesen... ... meiner... ... geliebten... ... Elferlin... ... kümmigen... ... der... ... Dunkelheit... ... verführerische... ... Gefahr... ... Gewinnerin... ... der... ... Flamenco... ... Wettbewerbs... ... von... ... 1467... ... in Wahrheit... ... mag in der Lage sein... ... sie... ... dort... ... zu überlisten... ... und... ... mit dem Leben... ... davon zu kommen... ... doch... ... seid gewohnt... ... Yuppies... ... ist... ... töd... ... nicht... ... und... ... unsichtbar... ... ist es... ... jetzt... ... wahrscheinlich auch... ... Richt... ... freigeschaltet... ... unsichtbare... ... Greifen... ... Ok... ... ich glaube... ... ich habe... ... alles... ... was ich brauche... ... ich werde... ... die Quest... ... für dich... ... ausschreiben... ... Dein Umhang... ... ist bestimmt... ... sehr bald... ... wieder da... ... das... ... will ich doch... ... hoffen... ... was mich daran... ... erinnert... ... nicht... ... noch mehr... ... verdammtes... ... Geschwätz... ... ja so... ... dann... ... gib mir... ... noch... ... etwas... ... zu... ... ich glaube... ... nicht... ... dass... ... ich mich... ... noch... ... mehr... ... von... ... dieser... ... betrüppelten... ... Geschwätz... ... ertrage... ... ohne mehr... ... Ausdauer... ... ich glaube... ... so ein Schnee... ... täte... ... mir gut... ... ja damit... ... mal sehen... ... was ich tun kann... ... noch... ... einen... ... Eisschnee... ... kommt... ... zu... ... Verteidigung... ... ganz viel... ... in das Geräte... ... da haben wir... ... ein bisschen... ... Stärke... ... da brauchen wir... ... aber noch ein bisschen... ... Charisma... ... wo müssen wir das... ... jetzt noch mit rein... ... und... ... so... ... nächst... ... Schnee... ... Schnee... ... an... ... streichen... ... und... ... hier... ... kommt's... ... ein wenig... ... flüssiger... ... für meine... ... geschätzte... ... Kundin... ... hm... ... gib mal her... ... das Zeug... ... na... ... hör mal... ... das geht... ... wieder runter... ... wie... ... damit... ... komme ich... ... vielleicht... ... bis zum... ... morgen... ... klar... ... Kai... ... möchtest du... ... noch etwas... ... trinken? ... ... na... ... der Gedanke... ... an den Verrat... ... durch... ... meine Liebste... ... ist keinerlei... ... verlei... ... zu... ... es schmerzt... ... bei dir... ... schmerzt... ... alles... ... du hast... ... den ganzen Weg... ... hier... ... herum... ... geschmoppert... ... weil du laufen... ... nicht mehr... ... was... ... immer war... ... ich... ... bin... ... aus... ... und... ... dieser Schleim... ... wiegt... ... schwer... ... auf... ... mein... ... rücken... ... juckt... ... drachen... ... auch... ... könnte... ... sein... ... dass... ... das... ... ist... ... weil... ... du... ... Sonnen... ... beantwortest... ... und... ... ja... Stimmt, Gästwirt, habt ihr ein Getränk, welches mich vor der Sonne schützt? Womöglich etwas, das gleich in meiner zarten Art etwas befeuchtet. Ich fürchte nicht, dass das tut mir leid. Oh. Da fehlten ein, meine Tante Mathilde wusste die Macht von Chemierenspeichern zu nutzen, um sich der Sonne zu entwerfen. Riecht vielleicht schon Vampir-Sohnschutz? Eine Chimera? So ein Ding, äh, vielleicht das aus mehr so ein Biester besteht? Drei Kupfer und so ein Kram von den Drachen erschaffen, um Gaia zu bewachen von Putzmenschen zum Frühstück. Das wusste ich schon. Mir war nur nicht klar, dass ihr Speichel so nützlich ist. Achso. Hätte ich doch nicht diese köstliche Biere in Chemie in das Scharlochsenke verspeist. Ich hätte sie nur etwas von ihrem Speichel bitten können. Das wäre bestimmt gut ausgehend. Zufälligerweise weiß ich, wo so eine Chimera sich aufhalten könnte. Ach, wirklich? Wäre ich dann so gut sie mir zu besuchen? Nein. Oh. Was klotzt du mich so an? Mein Liebster, ja. Vorhin Frustklipp. Vielleicht könnten wir unser Abkommen noch einmal überdenken? Vergiss es, den Mist mache ich nicht mit. Ich habe nichts außer Schaufel und Schleimtropfen. Das Ding verputzt mich zum Frühstück. Kein Problem. Ich kann gerne eine weitere Quest daraus machen und an mein teures schwarzes Brett heften. Sagt, wenn wir es, wenn wann wird es soweit sein? Karten wurde zu verschützt. Kein. Wann vermag ich wieder unter dem Sterblichen in den grünen Strahlen der Sonne zu wandeln? Sobald sich jemals diese Geschwester annimmt und erfolgreich zurückkehrt vor einem Netz aus. Hervorragend. Habe ich gehört. Eine Quest? Mh, für mich. Zwei reichen erst einmal denke ich. Sag mal, Gaswürden. Während wir darauf warten, dass andere für uns malochen. Hast du denn in der Klitsche, was wir so pronken? können. Am besten was wo die Sonne mich nicht hineinschneidet, sonst geht Schneeweißchen hier noch in Flammen auf. Kein Problem, ich habe einige vernagelte Zimmer. Sucht euch eines aus. Was sollte Spaß kosten? Ihr könnt zahlen, wenn ihr abreißt. Spitze. Scheint, sie haben dir etwas mehr Persönlichkeit gegeben, als du immer hast. Mach ruhig weiter, dann würde ich dir noch mal ein echtes Exemplar von einem Mädchen. Danke, genießt ihren Offenzeit. Wenn ich ihm so schmackhaft kreere zu. Und wir machen Pests. Ach du Schein, das ganze Offen. Okay, Untote. Ich glaube das ist hier gar nicht relevant. Der Vampir hat seine Übung zuletzt am... Diese S hier drauf gerätzt. Das hat man immer, wenn man um die rum gerätzt hat, hat man die immer irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Vampir hat einen Umhang zuletzt an seinem Hochzeittag gesehen, wo bevor er greifen, er will dann heiraten, sollte. Okay, das kommt hier erstmal hin. Setz dich mal, weil Vampir sucht seinen Umhang. Er erscheint etwas verwirrt. Er wollte einen Tagesspezium unternehmen. Gräfen Evelyn, vampirische Anführung, residiert am Fuß des Hexen-Hasslos. ist nämlich vor unsichtbarer nacht wird sagt das hier ein satz ist ein stanz der vampire in des schönen sommertages kam ein senider vampire und das gasthaus und sucht seinen mantel der unsichtbarkeit nach einem etwas längeren gespräch stellte sich heraus dass er diesen mantel bei sein auch bei seinem zeitstag wo seine ex frau greifen es ihm stahl erisiert am fluss des hexen der entgegen seines namens ein bär bist begebt euch zu ihm zu ihrem schloss und beschafft die mante zurück doch seid gewarnt nicht nur könnte die greifen unsichtbar sein sogar ihre eisbahn im garten ist voller gefahren und fein also dann machen wir noch eine sonnendotion ist das einzige was den grausamen fluchte schützt anscheinend ihren jedenfalls laut stante mit sieben und sonst kommt hier in morgen geschichte lassen wir mal noch und truppen sind auch nicht das ding die meere die rompieren und amaratin hydra ist der hass von chimieren auf mäuse über seine wahrheit oder bruchte es einfach nur ein rein wer weiß die mann geworfen was tiefe man groben was schraub haust ein Revan Chimera. Ihre Schuppen und Clown sind wertvolle Zutaten für Alchemisten. Doch mehr noch ihr Speichel. Und ein gewisser Vampir sucht genau diesen Speichel. Speichel. Die Nachricht schreibt wieder hier. Ne, ne. Jetzt haben wir es nicht zu Ende gelesen. Ich habe hier ein Screenshot. Tag ist schon vorbei. Tag Wendels. Tag. 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 Tag.